Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Happy Weirds mit dem Webpage. Ja, letzte Folge haben wir angefangen diese normalen Level hier, äh die Standardlevel zu spielen. Sind dann bis zu dem Pokémon Training gekommen, äh zu dem Level und nächstes Level ist dann Prehistoric Pilgrim. To avoid prosecution for murdering that last guy, you seek shelter in a secret laboratory where you end up being shot backwards in time. Find your way back to the present and feel free to bring back a souvenir. Das hört sich doch gut an Souvenir mitbringen, ist immer gut. I'm sorry, but there is nothing we can do. Nein, der ist tot. Haben wir den nicht sogar umgebracht? Da gab's so ein Limmel, da wo wir als Ritter aufgetreten sind und den goldenen Ritter dann aufgeschmissen worden? Okay. Okay. Lass mich durch, ich bin Arzt! Sie sind ein Faker! Ich bin ein Faker! Okay. Warte. Rechts, links gucken, sehr wichtig. Juuu, jetzt kommt ein Auto. Oh, schau. Warte. 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 Warte, jetzt kauerte ich nur hier. Whoa... Ja, her кабine mamas Nanl dros... Zi... Honey... Nες! Bis jetzt! Warte, du... Knopf drücken Wow 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 Volk los Fusion eine Zeitreise machen ein Zettel zurück in die Vergangenheit machen wir jetzt nicht zurück in die Zukunft sondern zurück in die Vergangenheit scheiß Maus weg okay alter hier hat aber einer mal ordentlich Hunger so what thank god you found me I've ich kann nicht lesen was da steht aber ich muss da rüber springen geht das überhaupt ja I've been stuck in this area for ja für was 0 alter naja guten Hunger aber okay wir sind im Mittelalter äh ja Mittelalter wir sind im Zeitalter der Dinosaurier oh oh irgendwie möchte ich da nicht hin na jo guck guck nur ganz leicht berühren ja ist das erlaubt guck mal ich mach gar nicht dolle guck mal warte guck warte ganz gleich gleich wird's so warte bumm bist du jetzt sauer ja ist er oh oh schnell weg hier ich hab doch gar nicht doll gemacht guck mal nur was willst du von mir oh hier ist ne Höhle hammergeil jetzt bin ich sicher nicht so komm erst mal waschen das ist bestimmt nötig ey das ist doch schon seit Jahren nicht mehr waschen oh und aus dem Arschloff wieder raus was boah ernsthaft jetzt blockiert mich so ein fuck Vogel hier oder was alter du scheinst Vogel geh mir aus dem Weg ey jetzt ist der schon ah jetzt ich hab schon du schaffst es nein okay ejecten oh jetzt halten wir uns am Schwanz fest von so einem Dinosaurier hammer am Schwanz fest halten ist immer gut zumindest wenn man eine frau ist okay jetzt sind wir wahrscheinlich wieder im richtigen Zeit alter und der Dino hat jetzt ist jetzt im rage mode und wir haben das level geschafft alter hat ja gar nicht lange gedauert das level awesome curse the smileys are once again back in another curse could you stop them mal gucken ob ich den ob ich die stoppen kann verpiss ich lol ich bin schmeide gesicht ha jo holy fuck ich glaub da war schlecht ja da war schlecht ich muss da schneller durch ich kann keine spitzen machen da war knapp ey jetzt hab ich den Kopf verloren man nur jo aber sonst geht's nur noch gut ja oh oh okay easy easy peasy lemon squeezy der lebt noch im ernst stopp ah nicht drückt doch stopp warum fährst du denn weiter mach doch das was ich sage also was ich mache ne ich will den Kopf behalten man ich will den Kopf behalten mama ich hätte lieber den Kopf anstatt Timmy ganz ehrlich nein Spaß Timmy ist auch eine wichtige Eigenschaft in meinem Leben Eigenschaft vor allem Bestandteil okay ich muss sofort raus raus ich muss zurück das war knapp fast 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 it's so but quiet here right alter hast du so gedacht war ne komm ganz ehrlich nächstes Level wird's kein Bock das Level Car Thief okay Vater und Sohn immer Vater und Sohn nehmen 0 bleib hier das ist mein Auto verpiss dich du scheißmaus war das überhaupt die richtige war dass ich den genommen habe weil ich glaube nicht dass ich annähernd mit dem mithalten kann jetzt oder so nicht mehr komm schon was denn der aber ich habe den falschen charakter ich glaube ich weiß wenn wir nehmen könnten aber ich weiß wo die hier sind warum dauert es hier immer so lang wie ihr sagt der typ mit seiner frau ich habe nicht turbo ja das ist jetzt kann ich mich auch mithalten ich bin sogar schneller als die also einigermaßen ich habe ihn seine pistole aus hand geschlagen reicht das nicht mir ein auto ja hallo entschuldigung so ich halte jetzt das auto mit meiner nase fest wie hast du dein auto ja das brauche ich mich auch ok subray rampage leu wenn da jetzt ein v wäre und vor dem nee nach dem a noch ein i kann dann hieß es subray rampage aber nee naja wollte ich nur mal kurz sagen ja leu wie geil ist das denn yo susan they got nuggles hold on be right there holy crap jo susan ja sicherlich natürlich gar nicht am legen oder wird aber die riesen donut wo ich habe jetzt voll bock auf donut 1 schwelle na um aufzustellen ja passiert jetzt so was oder nicht da hat man stelle Explosionen überall prägen boom das ist durch man schon ja aber wenn ich wollte es ja 1 es hat die Headshotter. Boah, wir rushen hier durch, ey. Ist ja unnormal. Boah, nämlich Lucky Luke, ey. Der fliegt ja immer noch. Boah, langsamer geht's nicht, oder? Boah, ich schieße schon, bevor der rausgucken kann, ey. Boah, ernsthaft geht das jetzt nur so langsam? Boah, ne. Dafür habe ich die Ausdauer nicht. Ganz ehrlich. Manchmal über den BMX Park. Oh, Timmy, tut mir leid. Oh, shit, da war scheiße. Da darf ich den Frontflip nicht machen. Muss einfach nur gerade hinfahren. Dann schaue ich den Sprung. Ja, locker, easy, lemon squeezy. Kommen wir nochmal loopings, oder nicht? Wir haben Speed, Speed, Junge. Hier looping. Wuuuuh. LOL. Alter, da hast du so viel eiskalt geköpft. What the fuck? Ja, na sicherlich. Timmy, komm schon. Alter, wenn Timmy das jetzt schafft. Ich glaube an dich. Komm schon, Timmy. Timmy hat's geschafft. Aber der zählt nicht. Alter Schwede. Oh, gerade so, ey. So, jetzt diesmal nicht köpfen lassen, ja, Vater? Alter, wie viel Speed die haben. Nicht köpfen. Oh. Was passiert denn jetzt? Was ist jetzt? Kommen wir ins Ziel, 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 kommen wir ins Ziel. Ja. Und Timmy fliegt erstmal hoch. I believe I can fly. I believe I can fly. Und Feuer auf Senkung. Obstacle Curse. Ja, ist klar, ist klar, ist klar, ist klar, ist das ein Scheiß-Loading. Ja, easy peasy. Ja, komm, ey. Ja, komm, ey. Oh, nein. Nicht die Dinger, ich hasse die. Boah. Ach, die Scheiße. Nicht, nicht in den Kopf. Habtun. Ach, die Scheiße. Da hab ich Timmy mal eben zerquetscht. Tut mir leid. Tut mir sorry. Alter. Was ist das für eine Killermaschine, ey. Alter, das hat mich mal eben schnell zerschreddert. Ich komm nicht weiter. Ich geh zurück. Warum geh ich zurück? Bevor wir jetzt fahren. Ja, komm, leck mir doch im Arsch. Oh, grad so. What the fuck. Oh, oh. Alter. Nein. Mann, warum leckt das denn jetzt so? Alter, warum leckt das jetzt? Jetzt geht's wieder. Aua. Voll meine Eier. Timmy, lassen wir ihn mal da. Alter, der hat voll so'n Fell im Maul zu stecken. Komm hoch. Ja. Fast wieder nicht geschafft, ey. Komm schon, tritt in die Pedale. Ja. Und nun? Alter, da hat er mich genutzt. Da hab ich eben gerade kurz gedacht, jetzt hab ich's verkackt. So ein Arschloch. Chaos City. Na, komm, jetzt noch mal wieder ein Segway-Typ. Na? Okay. Renn! Renn! Ich weiß nicht, was der Strauß von uns will, aber rennen einfach. Ey, da ist meine... Ne. Los, kommt schon, ich schiebe euch an. Verpisst euch! Penner aus dem Weg! Oh. Der klein wie der Scheiße. Speed Bridge. Ah! Ich glaub, das kenn ich sogar noch. Komm schon. Boah, gerade so. Jetzt kommt doch dieser eine Looping, ne? Oder? Oh, mit einem Backflip haben wir's geschafft. Komm schon. Wir schaffen es zusammen, Timmy. Diesmal stirbst du nicht. Looping Mama. Alter, Schwede. Alter, warum geht der denn nach vorne? Ich drück doch schon zurück, Mann! Jetzt hör auf, ey! Jetzt raste ich ihn noch aus. Alter, Standbild. Da ist hier ein Standbild. Komm schon, jetzt wüscht ich das Level schaffen. Oh, oh. Schon wieder Standbild? Was ist denn hier gerade los? Okay, Last yep. Okay, Lastário, dann hab ich keinen Bock mehr. Dann reicht es für diese Folge. Ich hab ich oft genug gestorben. Ja, dass ich schnell auf jeden Fall drehen kann, ey. Ui! Bah, 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 Bah. Bah, Bah. Bah, Bah. Bah, Bah, Bah! und schon ja klar klar geschafft war es ein wasser mit der folge wenn es wenn es ja genau wenn es wenn euch diese folge auch wieder gefallen hat lasst einen Daumen hoch da schreibt mir den Kommis ob ich dieses Format gefällt oder nicht oder nicht oder keine Ahnung was ich weiß ich was ich labere ich habe ich sage mal irgendwas schaust ich sagen was ist mit dieser Folge vielen Dank dass du wieder eingeschaltet hast ich schaue auch nächstes Mal wieder ein wenn es wieder heißt Baby Will für die verrückten Baby Will für die verrückten Baby Will für die verrückten Mama